Einmal winken für die KGG! Hallo auf unserem Busfahrer! Hier ziehen wir die Koppel an. Kein Besitz. Die Jungs-Räder in den Koppel. Der Rest wird ausgesichtert. Jo, zweiter Spieltag. Wir bereiten gerade eine große Offensive vor. Die Stimme ist komplett gefickt. Die ersten Fahrzeuge sind schon eingetroffen. Dann kommen noch mehr. Guck mal hier. Vier Räder, zwei MG. Ich bin glücklich. Dann hauen wir da voll rein. Wie geht's? Wer bist du? Wer bist du? Thomas. Forrest Gump. Genau deswegen wurde ich so getaucht. War richtig? Hallo Danny. Schon was gefickt heute? Tontam schießen aber nachholen. Das ist doch hühlig. Tontam schießen. Ich habe jetzt meine Baddeck-Bänder abgegeben. Weil irgendein anderer noch unbedingt Baddeck spielen wollte. Ich mache jetzt auch Fußball mit. Geiler Typ. muss man hierher bl Brianzen brinc sein. War richtig? War richtig? War richtig? War wirklich? War richtig? Geht! Statt, Statt, Statt 15, ist die Uhr ein Kumpel. Zugführer, Wingomo! Moin. Moin. Hast du was zu sagen? So? Wollte nicht. Aber hier drinnen filmen ist schwierig, ne? Weißt du? Emotional, dammit! Dann lass ich erstmal durchgehen. Wunderbar, dankeschön. Wo ist jetzt mein Kollege hin? Hast du was zu sagen, zum Repas-Trupp? Ah, es ist eine exklusive Stimmung. Geil! Was war das? Ja und jetzt? Fühlen Draht aus dem HQ, weitere Instruktionen. Warten auf Befehle von Zigadella Andi. HQ, für Hotel, kommen. Hotel, Herd, kommen. Bühne, Mann, Seite. 2, 3, circa Gruppenstärke, kommen. Ja, nicht ganz, neun plus eins kommen. Halt ich Geräusche aus. Jetzt weiß er nicht, was er sagt. Ja, plus Rumpf über, neun plus eins. Schusswunde hinter unserer Leckung. Das ist mein letzter Patient. Ich hab hier eine Schusswunde, die muss auf den Weg führen. Ja. Das war ein Assistent. Hier ist ein Notfall hier. Achten, ihr war's gratis. Ja. Von Bühnen. Ja. Wie, ich kann auch weiterleiten. Alles schön. Als das eine Schusswunde hintermisert. Deine Leckung. Wasje das? Das war es juveniles? Das war mir richtig. Das war mir bei einer Reihe von St fears. Ja. Was Problem ist mmm... Das war mir.